So, wir sind ganz an der Ecke jetzt plötzlich. Wir haben da aber noch ein paar Sachen. Da waren noch Glocken. Achso, jetzt weiß ich was du meinst, das ging ja fast schief. Die hätte wie ich ja sehen können, Alarm schlagen. Ist das richtig? Da wären Glocken gewesen, okay. Ja gut, dann sieht es wieder ein bisschen anders aus. Ja, okay. So eine Kiste, die ist hier oben? Ne, kann nicht hier oben sein. Da war ich die ganze Zeit jetzt. Die ist dann irgendwo hier unten. Ah, da ist sie. Ich habe sie gesehen. Hier drüben ist sie. Hier unten. Ah, unten, 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 unten. So. Okay, dann müssen wir jetzt noch ein Buch, das wir holen können. Schön, während der Erinnerung sozusagen. Ah, Zugsafe ist voll. Ich glaube, wir gehen jetzt zu kurz, einfach um das Safe zu lernen. Äh, sonst wäre ich mir nie reich. Ja. So. Wo? Was? Hallo, ist der Gatling? Komm, spiel mir mal. Was? Der Zugs-Safe ist voll? Bist du mich verarschend? Er hat ein Geschenk für dich. Da wär der Safe-Stream voll gewesen. Hä? Ich hab sogar gelehrt. Gut gemacht, Nigel. Von der Gang auf der anderen Seite der Stadt. Hab alle abgefüllt und sie geklaut, als sie schliefen. Hier, ich zeig's ihnen. Sie klemmt. Oh, scheiße. Weg! Was? Jetzt kann sie gleich nicht wieder liegen. Was? Wo? Die Stellung ist so total... ...verlangend, weil die... Oh! Huch! Wie Tontaub schießen. Was? 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 Okay. Kann ich sehen. Was? W CHAP-SZEF? Was? 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 WUCH! Wo kommt sie? Was? 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 Das war der Mal. Was? 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 Na ja, guck mal, zack! Uah, sie wissen, nein, immer sich! Oh, der ist ein bisschen illegal, ne? Boah, aber jetzt werden die Fahrtballen, oder wie? Ja, ich hab schon einiges an Geld bekommen, aber... Auch eines ausgegeben. Wenn du hier schaust, ich hab hier einiges an Gang Upgrade schon gekauft. Darum hab ich auch ziemlich schnell das Geld ausgegeben wieder. Und eigentlich möchte ich noch... Ich glaub, das war das hier, oder? Ja, hab ich... Die gerne drüber weniger Geld kosten. Die kosten 20.000. Beste Kavallerie. Ja, ich glaub, wir kaufen das jetzt hier so. Was schießen die? Hä? Boah. Äh... Noch mehr? Was? 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 Was hab ich getroffen? Da war ein drin, ach so. Ich habe gar nicht gesehen gehabt. Boah, nicht schon wieder ein Crash. Ja, die Objekte sind sehr cool, aber... ...dann kann ich jetzt wirklich Geld um die zu kaufen. Ein Hinterhalt. Ich habe gerade einen Pferd umgebracht. Kommt noch mal ein Zug. Logisch. Boah, echt. Okay, F. F. Erlöschen. Erlösen, ach so. Boah, kein Schaden. Das ist auch ein Highlight. Wenn wir uns besser steuern können. Das war extrem schwerfällig die zu steuern, diese Waffe. Ich habe mal eine Quests gemacht, die wir eigentlich machen wollten. Die haben uns so per Zufall ereilt. ... 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